Die Tiere des Thalerwaldes sind in Panik. Die Menschen haben nun auch das letzte Wasserloch zubetoniert. Was tun? Erleben Sie, wie die Tiere einen einzigartigen Plan in die Tat umsetzen. Ab Sonntag um Viertel vor Vier. Sieh dir das bloß an. Sieh es dir an, Wiesel. Es wird wohl nicht besser. Ich finde das nicht zum Lachen. Bis die Augsburger Puppenkiste ihre Türen öffnet, liebe Zuschauer, dauert es noch einen kleinen Moment. Bis dahin zeigen wir Ihnen Pirouetten und Sprünge des immer lächelnden Sunnyboys auf Kufen, Norbert Schramm. Applaus Musik 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 Vielen Dank. 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 ... 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